Immer rein spaziert. Mit etwas Glück wechseln Ludwig Sachen gleich den Besitzer. Ich bin überwältigt, wie viele Interessenten gekommen sind. Man sieht, dass die sehr gespannt sind. Packt euch alles auf den Haufen, was ihr kaufen wollt. Oder wie auch immer. Wenn einer alles haben will, sind wir natürlich auch offen dafür. Also viel Spaß. Otto hat sowohl Privatleute als auch Händler eingeladen. Und twittert direkt ein Geschäft beim Bandschleifer. Und, schon was gefunden? Und das alles, was du in deinem Korb hast? Was ist denn da drin? Eigentlich hauptsächlich Schraubzwingen. Und ein Hammer ist drin und die zwei Strominseln. Ja, viel. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht groß Rücksprache halten. Nein. 600 Euro ist alles der Einzelne. Nein, das ist viel zu angesetzt. Also ich habe jetzt im Kopf so um die 250 bis 300 Euro kalkuliert. Nein, also wir sind bei 600 Euro. Ich kann ja gerne im 50er entgegenkommen. 550. Aber guck mal, du hast hier die ganzen... Hier so ein Hammer alleine, wenn du den kaufst. Da zahlst du mittlerweile auch schon 40 Euro für. Wenn er neu ist. Wenn er neu ist. 55 Euro, dann ist es deins. Nein, da spiele ich nicht. Doch, komm. Komm, 500 Euro. Nee. 500. Maximal 400. 500. Das schlag ich nicht rein. Dann in der Mitte. 450. Gib dir einen Ruck. Jetzt hat die Frau das gemacht. 450. Aber dann schlag mal rein. Ich muss sagen, ich habe Grenze bei 400. Komm, 450. Gib dir einen Ruck. Das erste Geschäft ist gemacht. Auch eine Etage tiefer im Keller stehen Verhandlungen an. Profi Otto, Prokert hoch. Wir hätten den dritten an den drei Koffern. An den drei Koffern? Genau. Das waren die ganzen Münzen hier drin, ne? Ja, Umlaufmünchen. 10 D-Mark Münzen sind von der Olympiade. Alles querbeet. Ausland. Ich würde sagen, wir sind mit 500 Euro dabei. 500 ist ein bisschen zu viel. Nee. Doch. Du hast auch seltene Münzen dabei. Seltene Münzen sind genau zwei dabei aus dem Kaiserreich. Ja, genau. Aber die meisten, sage ich mal, das sind Umlaufmünzen. Das ist der Pfennig. Ja, aber die sind ja nun mal dabei. Ich hätte 300 angeboten. Das ist so wenig. Das ist ja gerade mal der Silberkurs. Das ist ja weniger als der Silberkurs. Ja, wenn das stimmt, dass die 260 ist. Guck mal, hier ist noch einen seltenen Dollar dabei. Also da habe ich auch nicht viel Spielraum, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil sonst da füge ich die Dinger und dann haue ich die in den Ofen, schmelze sie ein und dann habe ich den Silberkurs. Sag, sprich. 350. Dann tue ich aber die Münzen nicht mit rein. Wir können uns gerne weg tun, gar kein Problem. Dann machen wir 350 ohne diese Münze. 4,50. Jetzt habe ich Bauchschmerzen. 3,80 kann ich noch machen für die drei Koffer. Den brauche ich jetzt nicht. Komm, wir machen 400 und dann ist es deins. Alles klar. Alle helfen mit, Ludwigs Schätze in Geld zu verwandeln. Die große Aufräumeaktion und erste Verkäufe haben den Neustart eingeläutet. Heute stehen Flohmarkt und Fahrzeugverkauf auf dem Plan. Guten Morgen zusammen. 50 hätte man mindestens getaucht. Nach wie vor hat Otto Zweifel an der Machbarkeit. Und gute Argumente dafür. Weißt du, das Ding ist ja ganz einfach, wenn einer bereit ist, 50.000 oder 55.000 auszugeben für ein Wohnmobil, dann ist ja die Frage, ob man dann vielleicht 10.000 Euro mehr bezahlt und kauft sich einen nagelneuen nach seinen Wünschen. Die Spanne dazwischen, die ist sehr klein. Wir können es versuchen. Wir machen erst mal einen Mindestpreis. Wie viel? 50 jetzt? 50 jetzt, ja. 50 können wir versuchen. Zur Not können wir ja noch mal sprechen. Sie hat einen Pfeffer. Jetzt geht es bei ihrer Heidl aus. Scheiße. Der Verkauf von Ludwigs Schätzen bringt auch immer wieder den tragischen Verlust des Vaters zutage. Dann einfach die Fahrzeuge von Papa. Jetzt kommt es uns brichiert zum. Also tatsächlich geht es mir emotional nicht so brichlend. Ich glaube, dass es einfach ist mit den Fahrzeuge von Papa und dazu mit der Erschöpfung von den letzten zwei anstrengenden Tage. Beziehungsweise überwältigen Tage. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin. Okay. Die Yamaha, habt ihr dann einen Preis für? So wie es weg geht, geht es weg. Die Yamaha. Der Roller, Mindestpreis? Wir haben damals 2,5 bezahlt. Ich weiß nicht, was wir da jetzt haben. Und etliches reinkriegt. Wir haben über 1.000 oder reinkriegt. Ja, 1,5? Ja. Ja? Ja. Okay. Insgesamt sieben Fahrzeuge stehen zum Verkauf. Darunter ein BMW, ein Yamaha-Motorrad und eine Audi-Limousine. Der Flohmarkt hat sich offensichtlich in Simbach herumgesprochen. Das sieht doch schon mal gut aus. Die Sabine möchte euch bestimmt noch mal was sagen. Es freut mich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir haben uns sehr viel Arbeit gemacht, das alles aufzubauen. Ich hoffe, ihr findet euch sehr viel. Uns ist damit sehr geholfen. Und ich hoffe, wir haben alle zusammen sehr viel Spaß. So viel Besuch hat man nicht alle Tage. Sabine erhofft sich von den Gästen besonders eines. Es freut mich sehr, dass der Andrang so groß ist. Und ich hoffe, die Kauflust ist auch entsprechend groß. Die Simbacher entpuppen sich in Sachen Verhandlungen allerdings als hartnäckig. Wer hat das letzte Wort? Was sollen wir davon nehmen? Ein Hunderter? Ja. Wie du sagst, das haben wir ein Modell. Ja, komm, normalerweise 150 Euro. 75 Euro. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. 90. Sind wir drauf. Deal. Hier gibt es für jeden und von allem etwas. Es sind zahlreiche Kaufinteressenten gekommen. Die Frage ist, ob sie mit oder ohne Fahrzeug wieder gehen. Bitte. An dem Roller. Ja, klar, dann kommen wir mal zum Roller. Was interessiert dich denn da? Der Preis? Ja, der Preis und Papiere da. Papiere sind da. Na klar, der ist sogar noch angemeldet, oder? Nein, der ist nicht mehr angemeldet. Der ist nicht mehr angemeldet. Der ist ein 50er, oder? Der ist ein 50er-Roller, ja. Was soll der noch kosten? 1700. 17? Nein, ich bin mir zu viel. Viel zu viel. Maximal 900 hätte ich ausgemacht. 900? Das ist mitzutragen. Nein, geht natürlich nicht. 800 Euro Differenz, die wir jetzt haben. Hast du da ruckzuck eingefahren in einem Jahr? Wird nix. Möchte noch einer den Roller kaufen? Auch wenn die Schuldenlast drückt, den Roller auf die schnelle Unterpreis zu verkaufen, ist für Otto keine Option. Nein, 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 keiner. Nee, nee, leider nicht. 900 Euro können wir nicht machen. Besonders der Camper und der Mercedes scheinen interessant. Ein potenzieller Käufer startet die Verhandlungen. Habt ihr euch den schon angeguckt genau? Ja. Unfall hat er gehabt, hä? Nein. Wie auf den? Weiß ich nicht, hat er einen Unfall gehabt? Also mein Mann hat keinen Unfall gehabt. Ich hab den Silber und die Spaltmaße. Ja, das ist ja kein Neuwagen, ne? Ich weiß. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht ganz klar. In meiner Unfallwagen sind. Du willst jetzt schon den Preis drücken, obwohl du noch gar keinen gehört hast? Ja, eh. 15.000 Euro, ja, das ist ein guter Preis. Das kriegst du, wenn er 20.000 oben hat, ja. Ja, der fuhre mal anmachen, oder? Ja. Timo Binder hat Blut geleckt. Er ist leidenschaftlicher Mercedes-Sammler und geübt im Verhandeln. Genau wie Otto. Ja, wo bist du denn preislich? Du hast ja gerade gehört, 15.000. Ich steige erst mal aus. Ja, steig mal aus. Geh. Ja, was ist denn euer Ange? Hat der Verkäufer macht den Preis? Ja, 15, hab ich ja gesagt. 15.000? Ja. Für einen Sauger. Na ja. Kriegst 3.000 von mir. Ach. Bar in die Hand. Mein Dachstuhl brennt wohl, wa? Ohne Probefahrt. Nein, nein, nein. Dann kann man gehen. Dann brauchen wir, dann brauchen wir. Nein, wir sind zu weit auseinander. Alles gut. 3.000 Euro kann man nicht machen. Geht nicht. 12, könnte ich sagen. Dann ist aber Schluss. Nein, 3, 5. Zwischen Forderung und Angebot liegen über 8.000 Euro Differenz. Nee, kann ich nicht machen. Also ich komme dir noch weit entgegen. 11. 11, nein. Dann ist aber Feierabend. In keinem Fall. So viel kriegst du wirklich nicht. Aber du kannst es ja noch überlegen. Wir laufen noch ein bisschen rum. Vielleicht kommen wir ja doch noch zusammen. Ja? Überleg dir noch mal was. Schauen wir mal. Vielleicht glückt zumindest der Verkauf des Campers wie erhofft. 50.000 Euro mehr in der Kasse. Ihr habt Interesse an dem Wohnmobil? Hat sonst noch einer Interesse an dem Wohnmobil? Ja. Immer ran hier. Habt ihr noch Fragen? Zum Fahrzeug oder? Ja, generell so. Was willst du? Was? Wollt ihr ihn kaufen? Kilometerstund. 14.000, glaube ich. 14.000 Baujahr. Baujahr. Erstzulassung 19. 19. So, jetzt brauchen wir noch einen Preis. Jetzt brauchst du noch einen Preis. Nicht zu viel, Klangtang. Nicht zu viel, Klangtang. Nicht zu viel. Also das Ding ist ja neuwertig, ne? Ja, hau mal einen raus. 52. Sabine hat Verhandlungsspielraum eingebaut. Taktisch nicht verkehrt. Wodan habt ihr gedacht? Also mehr als 30 gezogen. Das Ding ist neu. Das ist so gut wie neu. 35. Oder Marken, ja? 35, ja. Hat einen Pösslaufbau. Ist der Mercedes unter den Aufbauten? Gesehen hab ich noch nicht. Das macht jetzt einen vernünftigen Eindruck. Guck doch mal erst mal rein. Bist du mit? So, lepapa, ein neues Wohnmobil kaufen? Das hat er schon entschieden. Hat er schon entschieden, der Sohnemann? Interesse ist groß, aber die wollen halt nicht so eine kurze, die sind so spontan hier vorbeigekommen und haben sich für das Wohnmobil interessiert. Aber spontan mal eben für 50.000 Euro ein Wohnmobil zu kaufen, das wäre schon hart. Aber ich glaube, vielleicht geht da noch was. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Allerdings geht jetzt erst mal nur eines. Das Interessentenpaar. Also mir haben wir raus. Ihr seid raus. Okay, dann seid ihr raus. Einer mehr als 35.000 Euro, der noch mitmachen will. Es bleibt spannend. Alle Hoffnungen liegen nun auf einem Interessenten. Und? Gefällt er dir? Das ist der Wurst an. Soll der Papa den kaufen? Ja. Wir müssen uns nur noch über den Preis einig werden, ne? Also weil ich heute gut drauf bin, 38, aber mehr nicht. 28? Ich kann mich nicht selbst die ganze rüber bieten. Nein, nein. Wir können vielleicht 52, wir können vielleicht 50 sagen, oder? Nein. 50 ist mir nicht wert. Definitiv nicht. Ja, aber wenn du einen neuen kaufst, dann sind 20.000 Euro, hast du ja gespart. Dann kann ich mir einen neuen kaufen. Nee, aber wo ist da der Unterschied? 50.000 mehr. Nee, also ich bleibe dabei. Sicher? Ja. Oh, das ist aber einer traurig, ne? Das Wohnmobil bleibt vorerst, wo es ist. Die Voraussetzungen für einen Verkauf sind einfach nicht ideal. Aber dann taucht Mercedes-Sammler Timo Binder wieder auf. Er scheint sein finales Gebot noch nicht abgegeben zu haben. Na, der Wagen lässt sich nicht los, wa? Ja, du. Ja. Ist halt Mercedes. Was hast du noch mal gesagt? 11. 11. 11. Ich gebe dir 5. Ich bin ein Sammler. Mühe ist das. Für mich ist das auch für meine Sammlung. Ja, dann wird deine Sammlung ja die 11.000 wert sein. Nein. Also ein Auto sagst du jetzt wirklich mein letzter Preis, wirklich, das ist jetzt wirklich mein letzter Preis bei 6000 Euro, aber mehr würde ich nicht zahlen. Nee, das kann man nicht machen. Also ich kann dir vielleicht auf 10 noch entgegenkommen. Die Differenz ist noch immer viel zu hoch. Aber dann schaltet sich Sabine ein. Also ich würde dir auf 8.000 entgegenkommen, als Sammler und der das Auto schätzt. 6, 5. Nee, also die 8, also die 8, ich hätte es ja nicht für 8 gegeben, aber das heißt, es ist jetzt gehört, weil es für deine Sammlung ist, dann schlag jetzt schnell ein, bevor ich mir das nochmal überlege. Pass auf, machen wir 7.000, wir bleiben in Kontakt, wenn ich mal in der Nähe bin, ich komme eh aus der Nähe, dann komme ich mal vorbei damit. Dann mach die 8.000, komm. Nein, nein, nein. Dann treffen wir uns in der Mitte, 7.500. Wirklich, 7.000. Dann sind wir um die Hälfte runtergegangen. Machen wir 7.250. 7.500. Aber, nein, 7.250 kriegst du von mir. Wir machen 7.4, dann hast du gewonnen. Nein. 7.4. Nein, 7.250. Otto? Jetzt kommen 7.4. 7.4, komm, sei, hilf uns. 7.350 und dann ist wirklich... Jetzt ist aber hart, ne? Auch wenn es um 50 Euro scheitert, dann wirklich nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Ja, komm, schlag ein. 7.350. Drei turbulente Tage liegen hinter Sabine, Denise und Max. Jetzt erfahren sie, ob sich die Mühe gelohnt hat. Na, habt ihr euch ein bisschen erholen können? Ja. Ja. Und, wie geht es euch jetzt? Ja, nach der kurzen Pause, also geht es jetzt wieder besser. Das war ganz schön hart heute, ne? Ja, da sind wir natürlich alle sehr gespannt, was rauskommt. Gestern gingen die Verkäufe los. Hier waren unter anderem Ludwigs Werkzeuge und Maschinen gefragt. Wir haben zum Beispiel die Bandsäge verkauft. Mhm. Für 450 Euro. Ja. Insgesamt haben wir beim Werkzeugverkauf 2.680 Euro eingenommen. Wahnsinn. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Nein. Statt in Ludwigs Werkstatt zu verstauben, bringen die Sachen jetzt Glanz in die Kasse. Dann haben wir noch die Koffer mit den Münzen. Mhm. Die haben wir auch für 400 Euro sind wir liquid geworden. Außer die eine gute, die haben wir noch aussortiert. Aber letztendlich, gestern der Tag war wirklich super. Da haben wir alleine 4.457 Euro eingenommen. Boah. Krass. Okay. Verkauft wurden unter anderem ein Grammophon, ein Spielautomat, eine Jukebox, eine Geige und zwei Wanduhren. Dann haben wir heute den Mercedes verkauft. Das waren 7.350 Euro. Das hätte ich mir nicht gedacht. Das haben wir gut gemacht. Also ich bin auch voll zufrieden mit der Spitze. Aber das war so eine harte Verhandlung. Und ich muss dir sagen, das hast du auch echt super gemacht. Und das Schöne ist, das hat ein Sammler gekauft. Ja, der freut sich auch wirklich über den Kauf. Ja, genau. Ja, dann hatten wir ja noch den Flohmarkt. Will einer einen Tipp abgeben, was da abgegangen ist? Wir haben heute auf dem Flohmarkt 1.294,50 Euro gemacht. Ach Gott. Bruntaler. Ist nicht wahr. Das ist nämlich nicht gemeint, man hat so kleinen Beträgen, dass so viel zusammenkommt. Und jetzt wollte er wissen, wie viel wir gemacht haben, ne? Ja. Wir haben gemacht 13.101 Euro und 50 Cent. Ach, spitze. Wer hätte das gedacht? Mega, oder? Hilf euch das erst mal ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. stuffy. Das ist richtig. Ciao.